Das haben wir auch. Alles klar. Bürste. Bürste ist auch da. Ein bisschen an Creme Parfum. Oh Gott, meine Kollegin hat ihr Manikür-Set hier liegen lassen. Unpraktisch. Mascara, Pinzette, Lippenstift, Lipglas. Perfekt, perfekt, perfekt. Was haben wir hier noch? Golden Dust-Dylighter. Ein Traum. Und natürlich noch ganz viel Omega. Noch die Face-Palette hier. Ganz viel Lidschatten. Okay, wo bleibt das Model? Wo bleibt das Model? Oh, hi. Hi, da bist du ja. Perfekt. Setz dich schon mal kurz hin. Ich melde dich kurz an. Einen Moment bitte. Heidi. Heidi, kannst du mich hören? Ja, ich wollte Bescheid sagen. Das Model ist da. Ja. Ja, fantastisch. Sieht gut aus. Ja. Soll ich irgendwas Bestimmtes machen? Lippenstift, welche Farbe? Wie heißt? Ich gehe mal davon aus, dass es Lovely ist. Warte, ich frage nochmal kurz. Wie ist dein Name? Lovely. Ja, ich hatte recht. Das ist Lovely. Ja, klar. Lidschatten auch. Welche Farbe? Okay. Ja, gut. Lippenstift. Dezent. Okay. Ja, ich verstehe. Alles klar. Ja, gut. Ich nehme das Model jetzt mit. Kurz in die Maske. Und dann kannst du auch schon losgehen. Okay. Alles klar. Bis gleich dann. Ja, ich sage Bescheid. Perfekt, dass du da bist. Richtig schön. Oh, es warten schon alle auf dich. Ähm. Ist das dein erstes Fotoshooting? Ja. Ah, du bist ein Profi, ne? Ja, ja. Du hast eine Empfehlung bekommen, auch von einer Freundin zu kommen. Grandios. Grandios. Ja, über weitere Empfehlungen. Das finde ich immer total vorteilhaft. Dann kennt man sich auch einfach schon. Irgendwie direkt die Chemie stimmt dann auch schon. Ja. Das heißt also, wenn es dir gefällt, das Fotoshooting und so, dann kannst du das natürlich auch gerne noch einem Freund, einer Freundin weiter empfehlen. Und die schickst du dann auch einfach direkt zu mir. Okay. Ja, sehr gut. Jetzt setz dich erstmal hin. Keine Sorge, das wird nicht so hektisch wie bei Germany's Next Topmodel. Du hast Heidi heute ganz für dich alleine. Ja, ich weiß. Also, du bist halt etwas ganz Besonderes. Lovely, du bist etwas ganz Besonderes. Deswegen mache ich dich jetzt auch nochmal ganz fix, ein bisschen fresh. Kannst du dir vorstellen, worum es heute in dem Fotoshooting geht? Hast du schon irgendwelche Infos bekommen? Okay. Ja. Ich kann dir leider nicht mehr verraten. Es soll eine kleine Überraschung werden. Ähm, ja, so ein kleines, ganz spezielles Fotoshooting. Eins kann ich dir verraten. Es wird mega gemütlich. Es wird super gemütlich. Ja, ja. So, dann schauen wir doch mal, was machen wir denn heute mit deinen Haaren. Ich würde sagen, ich gebe sie einmal. Du hast so schöne Naturlocken. Wow. Richtig cool. Also, meine Locken, äh, die musste ich mir sozusagen erstmal machen. Ich habe mir so einen, ähm, so einen Kordelzopf gemacht. Mit meinen nassen Haaren. Und wenn das dann trocknet, dann kommt das dabei raus. Also, so von Natur aus habe ich eher glatte Haare. Ja, ja. Aber du siehst halt supi aus. So, mal sehen. Und so, so lang. Und hier ein bisschen kürzer. Wow. Richtig spezieller Look. Gefällt mir. Sowas sucht Heidi auch immer. Einfach was ganz Besonderes. Ja, das sitzt hier auch vor mir. Ja, richtig gut. Richtig, richtig gut. So, dann wollen wir mal sehen. Heidi, was hatte sie gerade nochmal gesagt? Ah ja, genau, dezent. Alles klar, werden wir doch mal sehen. Werden wir doch mal sehen. Schau mal, ich schau mich mal gerade an. Ich musste mal ganz kurz noch ein bisschen die Augenmaßen sapfen. Keine Sorge, bei mir wird das nicht wehtun. Ich weiß zwar nicht, wie das andere machen. Bei mir tut es nicht weh. Lehn dich zurück. Das sind auch nur so zwei kleine Hähchen. Blech. 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 Ja, fantastisch. Perfekt. Das war es auch schon. Totwe. Ehrlich? Nein? Gut. Sehr gut. So, später kriegt es auf jeden Fall nochmal ein ganz besonderes Parfum. Ein bisschen Handcreme, das kommt zum Schluss. Dann habe ich hier auch noch so ein bisschen Face Mist. So ein bisschen. Und ich kann, ja, aufzufrischen. Aber jetzt würde ich sagen, gibt es erstmal ein bisschen Lidschatten. Das ist so eine ganz neue Lidschattenpalette, die ich geschenkt bekommen habe von der lieben Nicole. Grüße gehen raus. Das ist sogar eine Powderpalette. Ich sehe gerade, es ist eine Powderpalette. Habe ich doch glatt die falsche Palette ausgesucht, aber das macht nichts. Denn das ist nämlich genau, was wir brauchen. Ups. Alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle. So, dann schauen wir doch mal, welche Farbe. Ich habe hier so einen ganz speziellen, ganz, ganz speziellen Pinsel. Ein Mermaid Pinsel. Und jetzt schaue ich doch mal, vielleicht noch ein bisschen hell, ein bisschen rot. Und dann noch ein bisschen Glitzer hier. Und ein bisschen dunkel. Ja, genau so machen wir das. Dann starte ich und topfe das ganz bisschen hier auf deine Wange. Ja. Flüsch, flüsch, flüsch. Magst du vielleicht ein ganz bisschen lächeln? Dann kriege ich das ein bisschen einfacher hin zu schminken. Ja, damit würdest du mir auf jeden Fall super helfen. Dann schenk mal ein Lächeln. Ja, perfekt. Ja. Sehr gut. Und noch die andere Seite. Okay. Ja, sehr gut. Schenk mal ein Lächeln. Perfekt. Kannst du schon mal üben? Für die Kamera gleich. Ja, fantastisch. Es sieht gut aus. Schön dezent, aber doch ein bisschen special. Und ein ganz kleines bisschen Glitzer bekommst du auch noch. Aber wirklich nur minimal, keine Sorge. Passend. Ein bisschen Gold. Ich muss noch mal kurz zu sehen. Ja, perfekt. Special, nicht so aufdringlich. Einfach, ja, wie ein leuchtender Stern. Richtig gut. Ein bisschen Mascara bekommst du auch. Ja, und am besten schaust du jetzt einmal nach unten. Ich möchte hier nichts verschmieren. Und dann blinkst du einmal. Also, die Augen langsam runter. Blink, 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 blink. Perfekt. Jetzt noch die andere Seite. Ja. Und ein bisschen unten. Hier auch noch. Ja, sieht gut aus. Ich hoffe, ich habe mich nicht vermalt. Schau mich mal kurz an. Warte mal. Warte mal. Momentum, Momentum. Ja. 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 Perfekt. Warte mal. Warte mal für einen Lippenstift. Ja. Ja. Ah, okay. Alles klar, weiß ich Bescheid. Ja, gut. Danke dir. Ja. Alles klar. Es war dunkler Lippenstift. Gut. Und dann noch ein bisschen hellen Lipgloss. Ja. Und wir werden gleich sehen. Ja. Durch und durch besonders heute. Durch und durch besonders, sag ich dir. Du wirst heute richtig wild aussehen, ich sag's dir. Ja. Ein kleiner Diamanten-Lippenstift. Schön dunkel. Und danach kommt der Lippenstift. Und danach kommt der Lippenstift. Und danach kommt der Lippenstift. Glaub mir, das wird fantastisch aussehen. Und schenkt mir ein kurzem Mund. Okay. Vorsichtig. Einmal verschmieren. Also nicht verschmieren. Einmal ein bisschen. So. Ja. Perfekt. Sehr gut. Keine Sorge. Ich werde das eh mit diesem Lipgloss, mit dem hellen Lipgloss einmal nochmal ein bisschen verschmieren. Dann bekommst du überall so kleine Nuancen. Ja. Blossom Butter. With Organic Blossom Butter. Klingel. Blossom Butter. Glossy. Glossy Lips. Glossy Lips. Glossy Lips. Glossy Lips. Glossy Lips. Ja. Du kannst deine Lippen ganz normal lassen. Ich werde das jetzt schön verteilen. Okay. Bei den dunklen Lippenstaft. Ja. Perfekt. Perfekt. Ja. Verstehe ich. Okay. Ist eine richtig gute Kombi. Fast verschluckt. Wow. So. Jetzt gibt es noch ein ganz bisschen Highlighter. 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 Golden Dust Highlighter. Oh Gott. Highlighter. 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 Und das ist voll gesaugt, herrlich, richtig schön. So, mein Lovely. Und jetzt werde ich das Ganze noch ein bisschen verblenden. Also einfach nur wieder ein bisschen lächeln. Das wäre fantastisch. Danke. Ja, sehr gut. Und das Ganze noch auf dieser Seite. Ja, sehr gut. Einfach fantastisch. Also was fehlt noch? Was fehlt noch? Was fehlt noch? Ja, ein ganz bisschen Parfum bekommst du. Ein ganz kleines bisschen Parfum. Das ist einfach ein bisschen so, das ist gegen die Aufregung. Moringa, Moringa. Dann fühlst du dich auch einfach frisch und wohl. Bist du ein bisschen aufgeregt vor dem Shooting? Brauchst du nicht sein. Das wird super viel Spaß machen. Super, super viel Spaß wird es machen. Okay? Also ich sprühe jetzt einmal, okay? Ich sprühe jetzt einmal. Perfekt. Sehr gut. Sehr gut. So, ein bisschen Facemist bekommst du auch. So ein bisschen. Damit das Make-up auch gut erhält, ne? Das ist so ganz besonderes Facemist. Das habe ich nämlich selbst zusammengebraut. Selbst zusammengebraut. Keine Sorge, ist kein Bier. Wasser mit Pfefferminzöl. Aloe Vera natürlich. Für den schönen Tung. Und was habe ich noch reingemacht? Noch eine kleine Geheimzutat. Rosenöl. Ja, aber jetzt ist es auch keine Geheimzutat mehr. Gut gemacht. Sehr gut. Gut gemacht. Okay. So. Ich versprühe das jetzt einmal ganz leicht. Ja. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Fühlt es dich schon frisch jetzt? Ah, eine frische Brise. Fantastisch. So. Oh, warte mal. Ich bekomme gerade eine Info. Ja, ich höre. Ja, das Model ist sofort startklar. Gib mir noch eine Minute. Alles klar. Ja, ich schicke das Model dann direkt zu dir rüber. Okay. Alles klar. So. Okay, es muss schnell gehen. Damit du nicht so nervös bist. Damit du nicht so nervös bist, bekommst du jetzt noch extra eine Relation. Relax-Handcreme auf. Eine Relax-Ralax-Handcreme drauf. Kannst gerne deine Hand einmal aufstrecken. Kannst gerne einmal deine Hand aufstrecken. Lovely, lovely. Es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Ja, einmal Hand auf. Alles klar. Ja, hier ein bisschen. Und hier bekommst du ja auch noch ein bisschen an Creme. So, my lovely. Ja, komm. Es kriegst du natürlich jetzt auch noch, weil du ein Special Guest heute bist. Bist der besondere Gast heute. Das Model. Creme ich deine Hände noch ein, inklusive kleiner Massage. Das Beste vom Besten bekommst du natürlich. So. Schön tief ein- und ausatmen. Das ist Lavendelduft zur Beruhigung. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Fotoshooting. Du bist auf jeden Fall super frisch jetzt. Siehst fantastisch aus. Und wie gesagt, wenn du noch eine Freundin oder einen Freund hast, der besonders, besonders aussieht. Besonders, besonders. Schick ihn zu mir und der oder die wird dann auch frisch gemacht fürs Fotoshooting. Alles klar. Okay, dann folgst du jetzt einfach nur einmal hier an mir vorbei. Da geht's lang. Und dann kommst du direkt ans Set und da wartet auch schon Heidi auf dich. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ja, ich drück dir die Daumen. Du wirst es super machen. Ganz viel Spaß. Hab mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Lovely. Bye. So, mal sehen, wer als nächstes kommt. Also Lovely. Wirklich, also Zucker. Wirklich Zucker. Wow. Richtig toller Mensch. So, bin schon ganz gespannt, wer als nächstes kommt. Mal sehen, wer steht auf der Liste.